Unsere Welt verändert sich immer schneller und wird zunehmend komplexer. Das stellt auch die Schweißtechnologie vor immer neue Herausforderungen. 10% Gewichtsersparnis für 15,3 Gramm weniger CO2. 177 Newtonmeter, drei Tage am Stück. 20 Zentimeter dicke Stahlplatten, 500 Kilometer Schweißnaht, variierende Parameter, konstante Qualität. Mehr Arbeitsschritte pro Sekunde, keine Stillstandszeiten. Und was ist Ihre Welding Challenge? Let's get connected!